Ada! Auch sie ist hier. Stil. Eine seltene Eigenschaft. Ich würde gerne an eurer Seite kämpfen. Seht es als eine meiner Launen. Als Striege sogar. Krass. Und Triss ist auch noch bei uns. Mit einer Striege, Triss und uns können wir gar nicht verlieren. Oh Gott. Triss, Anna. Es reicht. Verdammt. Die können doch ganz schön widerstandsfähig sein. Gut, dass nicht noch mehr von ihnen entstanden sind. Ada. Ada ist verschwunden. Hier trennen sich unsere Wege. Warum? Im Herzen der Vision kontrolliert er alles. Ihr müsst allein weiter. Bis bald, Triss. Ich komme zurück. Viel Glück, Geralt. Danke. Wir müssen allein weiterziehen. Und wir dürfen jetzt noch ein letztes Mal meditieren, was ich sehr witzig finde. Aber ich muss nicht meditieren. Ich will ihn nicht länger warten lassen. Wir müssen ihn vernichten. Jack der Aldersberg. Du bist an allen schuld. Und jetzt wirst du dafür büßen. Und da ist er. Der letzte Kampf. Alles oder nichts. Begreift ihr jetzt, dass um jeden Preis gehandelt werden muss? Geralt, öffnet die Augen. Öffnet euren Geist. Leute wie euch behandelt man im Krankenhaus des heiligen Majoran. Ihr verfolgt mich und beweist damit, dass ich recht habe. Ihr habt euch den Gefahren gestellt, die der Menschheit drohen und überlebt. Jack der Aldersberg. Euer Traum ist ausgeträumt. Geduld. Vielleicht überlegt ihr es euch noch anders. Stellt euch Tausende vor, die eine Eiswüste durchqueren. Könntet ihr sie verteidigen? Ihr und eine Handvoll von Zweifeln geplagte Hexer? So wie Berengar? Unmöglich. Das können nur die großen Brüder. Aber sie müssen unterrichtet und geführt werden. Sie brauchen euch. Ich habe auch ein Angebot. Kapituliert. Zieht eure Mutanten zurück. Beugt euer Haupt vor dem König. So rettet ihr vielen das Leben. Wie zuversichtlich ihr wirkt. Auf euch wartet eine schmerzliche Lektion. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Noch mehr Mutanten? Etwas anderes als seine Schergen gegen uns auszusenden, kann er wohl nicht. Das wird nicht reichen. Jack, das wird nicht reichen. Erledigt. Und seine Omen des Feuers. Viele davon. Kämpf mit mir. Jack. Ach, die dienen nur, damit wir nicht entkommen können. Okay. Oder? Kann sie nicht treffen. Warum nicht? Da ist der König der wilden Jagd wieder. Aber warum? So sehen wir uns wieder, Wolf. Habt ihr euer Schicksal erfüllt? Die Salamandra sterben. Sie gehören bald der Vergangenheit an. Die Salamandra sind bedeutungslos. Sie waren nur ein Teilchen des Chaos. Das Werkzeug des Mannes, den ihr eben getötet habt. Ich bin gekommen, dieses Versprechen einzufordern. Ich erinnere mich an nichts. Besinnt euch eurer Taten, Hexer. Ich stand in eurer Nähe, als ihr in Kaer Morhen eintraft. Ein Omen des Untergangs. Ich sah mit an, wie ihr die Dörfler des Umlands gerichtet und nur Blut und Feuer hinterlassen habt. Ihr habt Raimund, den Tod und Scharni in Gefahr gebracht, weil ihr nur eure Ziele verfolgtet. Das Chaos wollt euch auf dem Fuß. Ihr habt Dutzende mit eurem Hexerschwert abgeschlachtet. Ihr habt mitgeholfen, die fanatische Herrschaft des Ordens zu festigen. Ihr habt Visima dem Chaos überlassen, nur um Zerstörung über Trübwasser zu bringen. Jede eurer Entscheidungen brachte neue Verwüstung. Jede Wahl, die ihr getroffen habt, führte zu noch mehr Bösem. Visima brennt. Der Orden und die Stoyatellen lassen Temerien ausbluten. Schmeckt eurer Neutralität nicht bitter? Hört auf. Leugnet es nicht, Hexer. Ihr seid mein größter Recke. Ein vollkommenes Instrument der Zerstörung. Wohin ihr auch geht, folgen euch Tod und Chaos. Genau wie es schon vor Jahren war. Akzeptiert es! Kämpft nicht dagegen an! Überlasst mir noch einen weiteren Mann, den ihr vernichtet habt. Jacques de Aldersberg gehört mir. Ihr wagt es mir zu trotzen. Ich spüre eure Schwäche. Jetzt, wo das Leben aus euren Wunden rinnt. Mit jedem Tropfen rückt der Tod näher. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ergebt euch mir. Nehmt ihm erst ein Schicksal an, allein nein. Niemals. 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 Das ist etwas zwischen ihm und mir. Ihr wollt ihn doch sowieso töten. Stimmt. Aber aus meinen Gründen. Und die gehen euch nichts an. Geht, solange ihr noch könnt. Geht, bevor es zu spät ist. Ihr wollt gegen mich kämpfen? So sei es. Eure Flucht vor dem Tod endet ihr. Zieht euer Schwert! Ich hatte schon befürchtet, ihr würdet Schach vorschlagen. Er verliert auch echt seinen Humor nicht. Der König der wilden Jagd also. Ich hab ein bisschen Igni für dich. Du oller Geist. Ich kann Igni spammen ohne Ende. Und mit Geistern kann ich umgehen. König der wilden Jagd. Dein Ende sei gekommen. Der ist besiegt. Zumindest fürs Erste. Aber ist er jetzt gänzlich besiegt? Er lebt noch. Er lebt noch. Dieses Schwert ist für Ungeheuer gedacht. Darüber reden wir gleich noch. Sehr, sehr interessant. Wir sind zurück in der Realität. Ihr seid wach, Geralt. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Rittersporn. Wo ist der Großmeister? Ein paar Schritte entfernt. Er ist tot. Für einen Moment hatte ich befürchtet, ihr werdet ebenfalls verloren. Es war kein erholsames Schläfchen. War ich lange weg? Lange genug. Die Kämpfe wurden beendet und Volltest ist wieder an der Macht. Obwohl Triss ihn unterstützt hat, sind die Folgen schrecklich. Geht es ihr gut? Ja, sie ist wohl auf. Sie hat über euch gewacht, musste dann aber weg. Ihr wisst schon, politische Verpflichtungen. Sie ist zwischen dem König, ihren Zauberfreundinnen und ihrem Privatleben gefangen. Was ist mit euch? Hattet ihr Erfolg? Ja. Ich nehme Jacques das letzte Element ab und schließe dieses Kapitel. Das letzte Element also, ja. Überreste von Jacques der Aldersberg, Großmeister des Ordens der Flammenrose. Was steht jetzt in unserem Journal? Das will ich mir mal wirklich mal anschauen. Um diese Geschichte zu beenden, muss ich die gestohlenen Geheimnisse zurückgewinnen. Der Großmeister sollte sie haben. Das ist schon, ey, das ist... Wir wollen gleich darüber reden, was wir da eben gesehen haben am Ende. Aber erstmal werde ich noch einmal speichern. Aus Kermorhen gestohlene Geheimnisse. Eine versiegelte Schmuckschatulle, die die letzten gestohlenen Geheimnisse der Hexe enthält. Die die letzten gestohlenen enthält. Etwas endet. Etwas anderes beginnt. Und dann haben wir hier noch... Ein Demeritum-Amulett. Ein kleines Amulett aus blauem Metall. Und das ist doch seltsam, oder? Es ist, denke ich, nicht sehr weit hergeholt, wenn man sagen kann, dass Jack der Aldersberg niemand Geringeres als der kleine junge Alvin ist, den wir damals aufgezogen haben oder damit... dabei zumindest geholfen haben. Ähm, dass die Demeritum-Amulett, das man jetzt in seiner Hand gefunden hat, die ja im Prinzip die... seine Kräfte als Quelle unterdrücken sollen, das ist nur ein weiterer Hinweis auf diese Tatsache. Es finden sich im Laufe des Spiels eigentlich verschiedene kleinste Andeutungen, dass es eben so ist. Ich meine, ich finde es ganz interessant und ganz lustig, dass Alvin ja in Trübwasser immer dieses Töte den Elfen spielen wollte und er wollte immer der Großmeister sein. Komisch. Jack der Aldersberg ist ein Großmeister. Sein Hass auf Anderlinge ist dadurch auch im Prinzip bezeugt und interessant ist auch, dass je nachdem, was für Aussagen man Alvin gegenüber fällt, Jack der Aldersberg etwas anderes zu einem sagen wird in dieser Vision, also in dieser, ähm, Zukunftsvision. Ähm, in diesem Fall war es jetzt eben halt, dass er sagte, dass man so eine Gabe immer für eine gerechte Sache einsetzen sollte und das haben wir zu ihm auch gesagt. Das erklärt auch, warum er so ein persönliches Interesse an Geralt hatte, warum er so viele Einzelheiten über ihn weiß und auch so persönlich ist. Dann haben wir wie gesagt einmal das Demeritum-Amulett, dann die Tatsache, dass er seinen Namen geändert hat, denn das ist nämlich auch ganz interessant. Ähm, es könnte sich einfach so zugetragen haben, dass Alvin durch die ganze Geschichte rund um Trübwasser, es wurde ja oft angedeutet, dass er mit seiner Gabe sogar durch Raum und Zeit reisen könnte. Er muss in die Vergangenheit gereist sein und, ähm, ja, wusste somit um den Konflikt zwischen Scoia-Tel und Rittern der Flammenrose, beziehungsweise den ganzen Hass, den es zwischen Menschen und Anderlingen gibt. Hat dann, ähm, durch seinen älteren Blut eben diese Vision von der Zukunft gehabt und hat halt mit seinen Mitteln versucht, das aufzuhalten. Er hat, äh, sich dann einen neuen Namen gegeben und das ist nicht sonderlich verwunderlich, denn Alvin heißt Elfenfreund und dieser Typ ist so ziemlich alles, aber kein Elfenfreund. So ist eben Jack der Albersberg geboren worden und es ist genau das passiert, was wir jetzt hier erlebt haben. Ähm, eine weitere interessante Sache, finde ich, ist, dass man in der Vision ja mehrere Geister hatte, die zu einem gesprochen haben. Es gab einen einzigen Geist, der nicht zu einem gesprochen hat und das ist Alvin. Und ich erkläre mir das so, dass alle Geister, die mit uns gesprochen haben, Geister sind, die wir irgendwie mit in die Realität gebracht haben. Alvin aber vom Großmeister mit reingebracht wurde und es deswegen sein könnte, dass er eben nicht zu uns sprechen konnte, weil er, ja, im Prinzip ja nur eine andere Version seines ist, dass ich es hier war. Ähm, ja. Also, meine Theorie ist, dass der Großmeister und Alvin ein und dieselbe Person sind. Wahrscheinlich kann man Jack der Albersberg. Es stellte sich heraus, dass der Großmeister des Ordens der Flammenrose hinter den Taten der Salamandra steckte. Jack der Albersberg gab Befehle an den Professor und Azad Javed, ja. Es, meiner Meinung nach, würde das sehr, sehr, sehr gut zusammenpassen, denn von Alvin erfährt man in der gesamten Trilogie ansonsten nichts mehr. Und warum sollte es diesen Charakter jemals gegeben haben, diesen wichtigen Charakter und auch seine Gabe, wenn das nicht irgendwann mal wieder aufgegriffen werden würde und das war eben in diesem Fall, in diesem Spiel mit seiner neuen Identität. Was sagt Rittersporn denn jetzt hier noch? Heiho! Also, habt ihr euch alles zurückgeholt? Wisst ihr, was ich beim Großmeister gefunden habe? Einen Dimeritum-Anhänger. Ist es der, den ihr Alvin gegeben habt? Ich weiß es nicht. Er sieht ähnlich aus, aber älter. Er muss ihn jahrelang unter seiner Rüstung getragen haben. Vielleicht ist er ein Andenken. Möglicherweise hat er damit feindliche Magie abgewehrt. Genau so ist es ja auch. Er hat sich wohl nie erfahren. Es ist auch nicht wichtig. Jacques der Aldersberg, wenn das sein wahrer Name war, ist tot. Ende der Geschichte. Was jetzt, Geralt? Was meint ihr? Kommt schon. Ihr habt das Gestohlene wieder beschafft und die bestraft, die euch verletzt haben. Ihr habt politische Spielchen gespielt und Verschwörungen aufgedeckt. Ihr habt geliebt. Ihr habt getötet. Ihr habt einen langen Weg hinter euch, Geralt. Was gedenkt ihr jetzt zu tun? Ich will jetzt Ruhe und Frieden. Erst jetzt spüre ich, dass mein neues Leben anfängt. Ja. Erst jetzt spüre ich, dass mein neues Leben anfängt. Neugeboren. In Blut und Feuer getauft. Eine neue Ballade? Zu pompös für meinen Geschmack, Rittersporn. Seht euch um. Das Leben ist einfach, unvorhersehbar und schön. Das ist neu. Ihr seid aus der Unterwelt zurückgekehrt und in ein riesiges Chaos hineingeraten. Ihr habt euch Bestien und üblen Dreckskerlen gestellt, die euch ans Leder wollten. Und da sagt ihr mir, das Leben sei schön? Ihr übertreibt ein bisschen. Etwas endet, etwas anderes beginnt. Ich nehme die letzten geraubten Geheimnisse, atme tief durch und ziehe weiter. Was soll ich noch sagen? Viel Glück, Hexer. Wir werden uns doch eh wiedersehen. Es schien, als würde der Konflikt zwischen dem Orden der Flammenrose und den Scoia-Tel Vysima in Ruinen verwandeln. Jedoch fand Volltest eine Lösung. Er ließ beide Seiten sich zerfleischen. Nach dem rätselhaften Tod des Großmeisters war die Macht des Ordens bald gebrochen. Die Blüte der Elfenjugend schied beim Kampf in den Straßen Vysimas dahin. Es gab keine Sieger. Der Aufstand der Anderlinge schwächtete Merien und Volltest erkannte, dass er versierte Diplomaten brauchte. Triss Merigold wurde königliche Ratgeberin, der Einfluss der Zauberinnen wuchs. Der König bestrafte diejenigen, die während seiner Abwesenheit gegen ihn intrigiert hatten. Sie wurden umgehend durch andere ersetzt. Die einfachen Leute erkannten keinen Unterschied. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, nach ihren Familien zu suchen. Nur wenige wussten, was in jenen Tagen in Vysima wirklich geschehen war. Das waren jene, die das Schicksal mit Geralt von Riva zusammengeführt hatten. Doch sie beschlossen zu schweigen. Und was geschah mit dem Hexer? Das ist wieder eine andere Geschichte. Und diese Geschichte ist noch nicht auserzählt. Femmerien und Redanien sind Verbündete. Daran habt ihr nicht wenig Anteil. Nehmt einen prallen Beutel Gold für eure Mühen. Euer Hoheit, Meister. Lebt wohl. Lebt wohl. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020